Bist du das? Ja, ich bin das. Ja, ja, ich bin das. Pass auf, auf die schießt jemand. Hier, hier ist jemand. Aua, scheiße, man. Der hockt im Busch. Buki, ist irgendwas größer. Ja, ich seh's. Ich kann nix sehen. Ja, ich wollte grad sagen, vor uns ist einer. Wer ist unser Mate? Ja, der kommt jetzt zu dir runter. Das ist sogar ein US, äh, ein US-namen, äh, ein russischer Crash. Komm, findet ihr jetzt bitte ne SVD. Ja, bestimmt. Und dann? Easy going. Easy nicht, oder? Oh, hier liegt ne SVD. Ach, du lauberst mir wieder in Scheiße. Nicht mal im Crash. Ne Smirsch-Weste. Yeeha. Das ist mein Schwestern. Das ist mein Schwestern. Hahaha. Which fucking cunt is shooting with Mosin? Nicht! Hey, aufzuschießen. Nicht, nicht, nicht. Ich mach doch nur Spaß. Nein, zu glücklich, aber knapp neben mir. Ja. Ja. Ja, wenn man einmal Spaß bringt. Ja. Antwort halt einfach mal. Äh, der wäre ja, aber der Moment nicht so spannend für dich gewesen, weißt du? Hallo, I'm friendly. Oh. Oh. Hups. Die war schon wieder... Hallo, I'm friendly. Braucht niemand von euch mehr Sportler? Die war schon wieder zu nah an mir dran. Ich habe mir, glaube ich, gerade die Hose ruiniert. Ne, damaged nur. Ja. Fail, oder? Du wirst hier sein, oder? Hahaha. Scheiße. Hahaha. Ja, ich habe einen Schaufel. Hahaha. Hahaha. Ich habe einen Schaufel. Schaufel. Hahaha. Mein Englisch ist los, ich ja noch vom... Boah. Die fucking cunt in der Barrack, man. Hahaha. In der fucking Bodenhorsthaft, man. Hahaha. Hahaha. Das ist das bescheuert. Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott. Hahaha. Fuckin' Fergit. Ich hab' da. Was halt so bescheuert. Hahaha. Ich will, stop it, be quiet! Hahahaha Stop it, be quiet! Will auch einer von euch rausgehen, oder? Eher nicht. Hallo? Ihr, der wo redet? Hallo? Ich will da nicht raus. Warum ist jetzt rechtlich? I shit my pants, stop me! Er geht wieder rein. Ich shit my pants. Wir sollten zusammen bleiben, wir haben nicht mal ne Markierung irgendwie, wer wäre. Ja, das ist richtig. Doch, ich hab ein pinkes Armband. Ja, warte. Eins. Der mit dem schwarzen... Alles gut. Rennt von euch jemand durch den Wald? Durch den Wald oben? Ja. Welchen, welchen, welchen? Geradeaus von uns, der riesige Berg. Der Berg eigentlich hinter der... Dings? Oder von da wo man kommt? Von da wo wir kommen. Er führt Richtung... Also Richtung... Nein. ...Misch Kino. Nein, 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 nein. Weil da ist einer hochgerannt. Zwei. Rennt hoch. Ich brauch das Visier. Na ja, komm mal zur Baracke da. Wo wir gespawnt sind im Anfang. Ja, zwei rennt hoch, das heißt sie rennen weg. Ja, oder die positionieren sich, je nachdem was sie für eine Waffe haben. Ja. Hinter die... hinter die Baracke am besten. Ja, hier unten hast du... Die sind jetzt ganz oben auf dem Berg drauf. Jetzt schauen. Runter. Dankeschön. Hast du noch ein Schlückchen zu trinken oder so, irgendjemand? Ja, ich hab grad meinen letzten Rest getrunken, glaub ich, warte. Ne, ich hab nichts mehr. Wir können hier rumschuttern oder die... die Nahkampfwaffe haben, die nicht da hoch beobachten können, können sich von rechts ja mal so ein bisschen in das höhere Gebiet begeben und mal von rechts nach links durchkämmen. Wäre das nicht mal ne Idee? Ja. Ich bin schon dabei. Achso. Ja, ich räume jetzt auch rechts. Ich lauf jetzt vielleicht den Weg hier rüber. Nach links oben. Ok. Also ich positioniere mich rechts. Ich geh von rechts nach links hoch. Äh. Ich bin jetzt an der linken Seite von der Zeltstadt. Ich bin auf dem Weg... Rechts von der Zeltstadt. Ich lauf auf dem Weg von links von der Zeltstadt. Liegt da jemand im Wald von uns? Im Wald liegt keiner, ne. Ich renne hier grad durch den Wald. Ist da jemand im Wald? Hey, schau mal nach unten. Bist du das? Ja, ich bin das. Bist du das? Ja, ja, ich bin das. Pass auf, da schießt jemand. Hier, hier ist jemand. Aua, scheiße, man. Der hockt im Busch. Bist du irgendwas von der Zeltstadt? Ja? Ja, ich seh. Ich kann nix sehen. Ich kann nix sehen. Ich kann nix sehen. Warum ist ein Wetter? Ich kann nix sehen. Oh, oh. Auf mich hat auch das Wettkirchen. Oder auf die Wettkirchen. Oder auf die Wettkirchen. Wer flügt? Ich seh den Typen unten beim... Ja, der rennt unten am Wald lang. Ich seh ihn. Ich hab Sichtkontakt von unten. Der steht. Der steht. Jetzt rennt er. Links. Links. Weiter raus. Der rennt nach rechts von der Zeltstadt aus, wo du guckst. Okay. Hier sind wo ich gucke. Von uns sind es nach rechts. Was? Ist der jetzt schon quasi noch auf der Höhe von der Zeltstadt? Oder schon weiter? Schon weiter. Wie weit bist du tot, Adi? Naja, den kannst jetzt noch. Okay. Ah, ich seh ihn. Oh, da hinten ist er. Ich bin jetzt hinter der Zeltstadt. Ich lauf jetzt rechts lang. In der Zeltstadt. Ich hab ihn da hinten gesehen. Warte mal. Ich hab den entwischen lassen, alter. Maaan, ey. Es kann nicht sein. Ist jemand von uns in der Zeltstadt? Nein. Nope. Are you serious? Er ist... Er ist jemand in deiner Zeltstadt. Okay, ich komm. Der hat ne grüne Mosin und ne AK mit Visier. Ne, ne, sind nicht wir. Ist eine außerhalb, grad am Eingang von der Zeltstadt? Ja. Ne. Außerhalb? Ja, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Den aim ich grad ab. Der ist quasi... Der ist links von mir, unter... Ah, warte. Aber nicht drauf schießen. Lass ihm noch seine Ruhe eben. Da guck, weißt du... Siehst du, wie ich hin aim? Ja. Genau da, unter dem Tower. Mit dem... Tarn. Ah, ja, ja. Er ist jetzt genau an der Mauer. Er ist hinter dem LKW. Er ist hinter dem LKW. Oh, der ist hinter dem LKW. Ja, es ist 100 pro der, der hat uns versucht zu umlaufen. Da unten ist er. Hinter dem... Hinter dem LKW? Was? Wer ist hinter dem LKW? Ich bin hinter dem LKW. Okay. Der ist ganz links da am Zelt. Der guckt grad aus dem Eingang raus. Ich stand einfach grad die ganze Zeit neben ihm und hab mich angeschaut. Jetzt geht er wieder an die Sandsäcke, an die Außenmauer. Soll ich versuchen, ihn abzuknallen? Wenn du ihn reinkriegst, aber ich glaub, der steht grad genau hinter dem Säcke von dir aus. Ich seh' ihn. Er geht wieder rein. Jetzt ist er Innenseite von den Säcken. Ist er drinnen? Ja. Er ist an der Innenseite von den Säcken. Jetzt rennt er schon vorbei. Der kommt zu dir. Der ist in dem getarnten Bunker gleich. Ist er... Rennen... Verge... Da sind zwei oder was? Nein, das... Ich bin jetzt rechts am LKW wieder raus. Ist der immer noch da drin? Der ist irgend... Ja, der... Der hat einen Zombie-Pull. Der Zombie greift ihn an. Der ist am Bunker. Der ist drinnen oder draußen. Drinnen. Er kommt raus. Jetzt kommt er. Rennen nach hinten zu den Containern. Ja. Schießt du grade auf den? Ja. Hm. Wer schießt denn da so schnell? Dahin ist noch einer bei den Dixies. Nice. Auf mich schießt jemand! Ja. Auf mich auch. Jetzt ist er wieder hinten im ersten Zelt und einer immer noch bei dem Dixieck los. Ich bin besser mit Scope. Du bist jetzt links von mir, oder? Brennst du in den Wald grad? Ja. Ich brenne hier. Das ist ganz schade. Ja. Ich brenne hier. Ich lieg. Rechts von mir. Dixie. Beim Dixie. Wer ist denn grad im Wald oder hat den Zombie am Arsch? Zombie-Pull. Da wo du rennst. Da rennt der. Oh ich hab nen Zombie-Pull. Fuck. Ja. Wer ist oben von uns? Schießt du grad den Zombie weg? Ja ja ja. Ich muss mich verbinden. Und zwar schnell. Der vom ersten Zelt geht zum zweiten Zelt jetzt. Der ist hinter den zwei. Ganz links von der Zeltstatt. Ich hab nichts um mich zu verbinden. Oh doch warte. Stitch self up. Oh shit. Ich werde angevisiert und angeschossen fast. Da Zombie-Pull. Ich wechsle Position. Jetzt rennen die Zombies hin. Scheiße. Schüsse bei mir. Okay. Der Zombie rennt zu den Spitzer hinten. Ich geh von außen ran. Siehst du rechts die äußere Ecke von der Zeltstadt? Ne ich bin auch links. Ich seh die äußere rechte Ecke. Ich bin ganz links von der Zeltstadt. Also vom Wald aus gesehen. Ich renne rechts unten lang. Siehst du das? Schüsse. Ich seh dich noch nicht mehr. Schüsse. Ich versuch die da angezukriegen. Ja. Weil das Zelt kommt wieder. Oh. Ein Schuss. Ich bin tot. Wo? Alter. Der muss hier direkt vorne sein. Der ein fucking Schuss. Wenn die hinten waren. Beim Dixie. Einer ist nur hinten. Ich seh. Der andere muss vorgerannt sein. Scheiße. Wie die Hände? Alter. Meine Hände sind schon da kalt, ne? Fuck, ey. Ist ja kein Bonwasser. So eine Scheiße, ey. Da rennst du mal ein auf Action machen, damit man nicht doof rumcampt im Wald? Ja. 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 Ja.